Aber Sie sehen jetzt nach und nach, wie sich das Bild zeitweise ausbaut. Also das Dreieck ist etwas weiter unten, darum die Frühe noch leer. Aber hier sieht man schon... Oh, das ist gerade sehr, sehr verzerrt. Oder vielleicht mal abschotten. Wir sollten das, wenn wir noch mal neu starten. Vielleicht war der Stippen nicht ganz richtig positioniert. Der ist ein großer Packkarton. Einfach aus der Hand drüber spüren und nicht noch mal gucken.